So, guten Morgen und willkommen zurück zu Pixel Heroes bei der Matchcheck. Ich mach einfach mal weiter. Wir wollten gehen, ne? Klar, los geht's. Zweiter Schwierigkeitsgrad und ich muss sagen, die Videos sind ausgesprochen klein. Die Videospur ist teilweise kleiner als die Audiospur, sehr schön. Seht den schlammigen Rundentakel, schauen wir hinzu. Folgen, aber es geschieht nichts. Toll. Das hat sich jetzt richtig gelohnt. Und läuft alles gut. Ja, offensichtlich hat es nicht so gut geklappt, wie ich dachte. Danke, dass ihr mich darauf hingewiesen habt. Ja, also, es funktioniert relativ gut. Du musst nur die Waffen, Schuhe und diesen Gürtel, das er sein soll, ablegen. Ah, das hatten wir doch auch schon mal, oder? Ja, ähm. Ähm. Ja, bei dem. Äh. Fragen wir nach dem Zeug. Hm, mir scheint mir etwas zu neugierig. Vielleicht war ich doch lieber auf jemand anderen, mir die Karre zu helfen. Ich bin fort. Na toll. Nächstes Mal greife ich sie einfach an. Und sack die XP ein. So, ähm. Wo war ich überhaupt? Beißen der Wälder. Oh Gott, ich erinnere mich an ein Schlimmes. So, erstmal gucken, was macht denn da Schaden? Dem Tode nahe. Ähm. Ich habe hier Heilung. Und hier habe ich Magie. Auf alle. Das ist schon mal gut. Brauche ich gerade Heilung? Das ist einzeln. Effektiv. Macht 20 Schaden. Großartig. Und das Blutol 1. Okay, jetzt dem Tode nahe. Das ist schon mal eine Ansage. Ähm. Heil die mal. Da ist ja meine Heiler. Rinn. Und sie stirbt nicht. Nein, sie heilt sich. Mist, stimmt. Irgendwie ist, ähm. Kann ich dich mit der Axt hauen? Dunkelhex. Jawohl. Axt geht immer. Einfach mal ins Gesicht schlagen damit. Und schon sind die Probleme gelöst. Hilft auch in der Realität. Was? So. Was macht das denn? Ähm. Sie wirft eine blaue Kugel. Und tötet sie damit. Sehr gut. Wo ist der erste Dungeon? Da sind die immer nicht so stark. Ähm. Beim letzten Mal war es ja irgendwie der 20. Dungeon. Nein, wir wechseln nicht die Position. Ich hätte gerne immer so in alle Zauber. Das ist ganz praktisch. Verursacht. Hm. Also ich sage, ich tausche mal die blauen Kugeln aus. Stärke und Intelligenz plus. Entweder ihr oder ihm. Ähm. Gehen wir das mal so. Machen wir das mal so. Und dann geht es schon weiter in den nächsten Raum. Was da war denn hier? Oh Gott. Das ist ja gerade am Anfang so eine Sache, weil man ihn noch nicht geskillt hat. Und. Nur wenig glauben. Oh. Hier geht es besser. Moment. Ich habe gerade meine Heilerin losgeschickt. Ich bin ja echt schlau. Nehmen wir die Heilerin. Hm. Das ist clever. Aber sie hat mehr Lebenspunkte. Die können ruhig sterben. Ja. Weg mit der scheiß Heilerin. Hm. Das ist mal eine Heilerin. Du kriegst mal magisch ab. Den Normalschaden machen die eher selten so weit hinten wie du bist. Feuerimmunität. Wir haben eine schöne Axt. Die ist aber scheiße. Das wäre vielleicht ganz interessant. Oh. Am. Gegen Befallenen. Tauschen wir das mal so aus. So Armbrust. Brauche hier niemand wirklich dieses Mal. Ich habe niemanden. Hm. Ich habe keine Immunität mehr mit. Egal. Brauchen wir noch nicht. Oh. Da brauche ich Geschick. Ne. Habe ich keinen. Wahrhaft viel Gesch... Ja. Einfach zerschlagen. Ich versuche mal einfach zu schlagen. Hoffe, dass keiner stirbt. Okay. Ich habe niemanden mit Geschick. Das ist das, wenn man sich extrem spezialisiert. Man hat immer... Oh. Kein Ding nicht. Der Heiler steht hinten. Ähm. Das wird schon gut gehen. Ich muss das mal nur lang genug einreden. Dann glaube ich das irgendwann selbst. Ähm. Alle. Ähm. Auch scheiße. Moment. Ja. Ich habe wenigstens ein Gegenstand, der was taugt. Ähm. Hat mir auch nur all meine Heiltren gekostet. Ähm. Versuchen das mal. Jawohl. Läuft. Eins. Das ist halt. Ich heile jetzt erstmal meinen Heiler. Heilerin. Wie auch immer. Ist nicht auch irgendwann demnächst... Nee. Es war nicht schon irgendwie Weltfrau und da. Darf man auch mal Frauen heilen. Sonst schlage ich die normalen... Was? So. Läuft. Das ist halt das schöne am Haar Magier. Er hat halt so Flächenzauber und kann alle treffen. Das ist... Eine schöne Sache. Gut. Bei Bossen nur bedingt nützlich. Aber... Details. Ähm. Wir heilen sie nochmal. Mal. Ähm. Hoffen, dass sie jetzt nicht wieder angegriffen wird. Wäre schön, wenn diesmal vielleicht nicht alle sterben. Sonst dauert der Boss wieder drei Stunden. Ja, aufgestiegen ist. Sehr gut. Mehr Stärke hier. So, sie wird die Heilerin. Also, wie kommt sie schon mal Intelligenz plus und sie Glauben plus. So, kriege ich dann langsam mal ein zweites Heilzauberbuch. Nee. Ich bekomme nur noch mehr Schlott. Hm. So großartig. Ich bräuchte mal so ein Gruppenheilzauber-Ding, der auch gleichzeitig noch die Effekte behebt. Das finde ich ganz geil. Vielleicht soll ich hier doch irgendein Buch in die Hand drücken. Einfach nur, um es gemacht zu haben. Ist ja vielleicht ganz klug. Noch was. Kluge Dinge tun. Falscher Kanal, du Spack. So. Weg mit den scheiß Bäumen. Ach, der überlebt natürlich. Hm. Unter der Bedingung. Halte nochmal. Hm. Ich hätte fast. Totschlagen wäre fast besser gewesen. Das macht praktisch keinen Unterschied. Toll. Sehr gut. Dann macht es halt keinen Unterschied. Passt. Ist auch in Ordnung. Hier, ich trinke mal lieber einen Heilschrank. Auch wenn ich noch nicht so viel habe. So, was haben wir denn hier wieder für einen Schlott? Heilung. Einzelne. Party. Und beendet. Jawohl. Genau, was der Arzt im Pool hat. Ich tausche hier bei uns aus. Gut. Dann. Halt. Zurück. Muss ich hier erstmal. Zeug wegwerfen. Vielleicht zwei Hexen. Ähm. Volles, schlechtes Spiel. Dann haben wir immer dieselben Charakter. Charakter. Nein, ist nicht schlecht. So, Flucht und das ist eine Scheiße. Greift ja eh nicht an. Und die Hexe schlagen einfach nicht. Immer merken, wenn ihr eine dunkle Hexe gegen den einfach die Achsen ins Gesicht schlagen. Das hilft. Das hilft allgemein bei den meisten Menschen. Meiner Erfahrung nach. So, was macht denn das hier bei ihr so? Auch nicht so spade. Dann töten wir es bei die Hexe. Weil ich es kann. Au. Gut, an das heißt, ich bin verflucht. Dann mache ich ja weniger Schaden, ne? Äh. Ne, mit 5 sind ja schon zu viel. Okay. Das will hier Schaden, aber was anderes. Ähm. Heilen den mal hoch. Au. 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 Du hättest schon, wenn du ihn töten könntest. Danke. Ein Raum haben wir noch bis zum Boss. Ich glaube, ja. Ähm. Hoffe ich. Nein, du täuscht dich. Oh, Bluetooth wäre natürlich geil. Hm. Ja, ne. Die haben wir noch nicht. Ähm. Da habe ich ein besseres. Das ist auch wieder nur Schrott. Das alte Lied. Hier geht's noch halbwegs. Und dann... Was gibt's hier noch? Oh Gott. Auf ein neues, ja. Wer macht das effektiv? Macht 14 Schaden. Großartig. Unversehrt? Das gefällt mir ja gar nicht. Ähm. Kannst du mal weggehen? Verwundet. Na, großartig. Wer ist mit Tod? Ähm. Ich gehe mal auf Risiko. Scheinbar. Warum tue ich das? Weiß ich auch nicht so genau. Aber, ähm. Ich muss ihn das erstmal heilen. Ähm. Er blutet natürlich nicht mehr. Schlafspuren. Oh Gott. Ich könnte mich jetzt wieder einschlafen, weil ich... Oh. So, weg ist er. Oh. Den habe ich auch mitgenommen. Sehr gut. So, ich würde mich gerne nochmal heilen können. Kann ich auch. Okay. Alles ruhig. Wenn ich nicht gar so viel Heil trinke, den ich jetzt schon verfeuere. Das ist gleich wieder hoch. Bin aber eh nicht viel, weil sie noch nicht viel Lebensbute haben im ersten Durchgang. Äh, im ersten Dungeon. Oh, perfekt. Vorm Boss machen wir ein Level ab. Intelligenz und Glauben. Magisch. Wieder mal Stott. Ne, das geht auf alle. Ist aber trotzdem Schlott. Hm. Gift. Habe ich schon überall Besseres. Uff. Ich hasse das. Blaue Kugeln. Sind das anderthalb? So. Moment. Bräune und Heiltrank. Ist das ein Bosskampf, ne? Da gehen wir lieber auf nochmal sicher. Hoffentlich dauert es dieses Mal nicht wieder so lang. Da werden schlimme Erinnerungen wach. Aber dieses Mal sollte es schneller gehen. Vor allem, weil sie dieses Mal der erste Boss ist, was sich schwächer macht. Und zweitens Mal habe ich dieses Mal nicht nur die Hälfte meines Teams. Oder zwei Drittel. Hälfte geht ja nicht. Ne, Hälfte geht nicht so. Heil nochmal. Ich werde eins. Womit denn? Mit Baba Yaga? Das klingt jetzt unanständig. Amen. Ich soll es jetzt mal bluten lassen, auch. Hören wir mal auf Blutung. Immunienbluten. Und macht einen Schaden. Blossartig. Das weiche wollen wir auch mal entfernen. Au. Aber klar. Was macht denn das hier? Eins. Wir möchten nicht, dass du stirbst. Nein. Geiße. Fukyu. Ach, macht auch noch eins. Shit. Und Panji ist tot. Nein, er lebt noch. Er wird halt nicht von alleine aufwachen. Das ist das Problem. Und ich heile noch viel zu wenig. Nein, doch nicht auf ihn. Ich brauche ihn. Er ist der einzige, der ernsthaft Schaden macht. Nein. Nein. Er ist tot. Ach, großartig. Ich sterbe jetzt gleich. Mache ich mit irgendwas Schaden bei ihr? Das ist eine faszinierende Frage. Was habe ich hier noch so? Bist du immun gegen Verwirren? Ja. Und da verabschiedet sich meine Highline. Das war eine kurze Runde. Da war ich schon im ersten Ding fast zerreckt. Oder, ja doch. Oder, ja doch. Ähm. Ähm. Ich kann sie immer noch totboxen. Als ob. Hä, sie ist immun gegen Bloten. Toll. Ähm. Aber sie ist nicht immun gegen Betäuber. Das macht die Sache jetzt schwierig. Ich kann sie nicht. Heilen. Oh Gott. Das schaffe ich doch nie. Ich kann sie theoretisch... Ja, jetzt heilen die sich natürlich noch. Ich kann sie ja noch nicht verwenden, aber ich kann sie boxen. Das macht sieben Schaden. Ich darf sie jetzt nur nicht heilen. Und dann ist alles gut. Ich bin immun gegen Bloten. Ähm. Das wird... Oh, großartig. Das habe ich mir gewünscht. Ähm. Ja. Hey, ich bin immun gegen Dumm. Hm. Mein Team wird gerade voll aufgeregt. Ich kann nicht immer noch ins Gesicht boxen. Wobei die Explosion sieht ja aus, als würde ich sie nicht ins Gesicht boxen. Sondern ein bisschen tiefer. Ist das eine Frau? Ich denke schon. Soll glaube ich eine Frau sein. Bin mir nicht sicher. Lächelt immer so lustig, wenn sie einen Zauber macht. Ja. Das Lächeln muss man einfach. 30. Ja, toll. Muss ich sie nur 5 mal schlagen ungefähr im Durchschnitt? Mache ich 6 Treffer ungefähr? Das heißt, ich schlage sie jetzt 5 mal und die Heilung... Okay, ich schlage sie jetzt auch 6 mal und dann... Ah, ja. 5-6 mal und die Heilung ist wieder weg, die sie eben. Jetzt muss ich nur noch ungefähr 200 mal treffen, ohne dass sie sich heilt und ich gewinne. Ähm... Es wird kurzer Spaß. Hey, ich bin bis zum Box gekommen. Großartig. Das war ja richtig effizient. Zum Glück gibt's kein Mana. Weil das wär toll, dann könnte sie auch irgendwann nicht mehr heilen. So, jetzt boxe ich sie voll weg. Moment, macht das Schaden? Ne, das macht nur Verwirrung, oder? Macht das auch Schaden? 35, was macht denn das für einen Schaden? Einen. Also, nicht relevant. Ich boxe dich. Ich boxe dein... Mörser. Zwischen deinen Beinen. Okay, das geht auch falsch. Sehr gut. Ähm... Ich glaub, der Kampf wird nix mehr. Ich glaub, es wäre sehr unwahrscheinlich, dass ich die tot bekomme. Ähm... So minimal... Also, beim letzten Mal war das ja schon so eine Sache, aber... Dieses Mal, ähm... Ja, das schaut mir auch noch so gierig an. Ich glaub, gleich fressen, ähm... Mh... Muss man auch was noch finden. Na ja, großartig. Ist ja wieder aufhändig zu heilen, danke. Das ist mein Ding, weißt du? Ich bin hier die Heilerin, ähm... Du nicht, ähm... Wir kämpfen bis zum Schluss. Wenn es sein muss. Ähm... Jetzt noch 20 Folgen raushauen, wie wir uns gegenseitig... Äh, wie ich mich ständig heil und sie sich heilt und... Sie gelegentlich mal boxe und fünf Schaden macht. Mhm. Hey, sieben. Hey, sie heilt sie um 30, toll. Ist ja großartig. Sex, wuhu. Da war ich bei Baba Yaga und da hatte ich Sex und... Äh, was? Hey. Das ist irgendwie witzlos. So minimal, hm. Ich glaube, das wird nix. Ich weiß nicht, was mich darauf bringt, aber... Ich hab so minimal das Gefühl, das wird nix. Oh, oh. Heil dich mal. Heilen? Vor allem, ich kann das nicht wegheilen. Selbst wenn ich es könnte, würde es nämlich viel bringen. Ja, ja. Ich kann nicht bluten. Warum ist Hexenwut überhaupt ein Blitz, der vom Himmel kommt? Hm, Details. Interessiert eh niemanden. Wir werden sterben. Nein, wir werden gewinnen. Wir werden... Ich bin total realistisch und... Jetzt will ich sehen, wie ich die tot schlag. Wahrscheinlich, ja. Jetzt hat sie wieder volle Lebensenergie, vermute ich mal. Ja, doch. Hm. Ja, doch. Das wird nix, glaube ich. Ich wuff sie nochmal. Ich glaube, ich lasse mich jetzt einfach töten, weil... Ja, komm. Das ist... Er heizt sich ja auch ständig. Das ist das Problem. Danke. Ich spüre seine Nähe. Ah, sexuelle Vergewaltigung. Der Tod. So, erfolgreiches Spiel. Willkommen bei Pixel Heroes. Hier zum ersten Mal alle deine Helden. Hm. Das war ja... Fast schon so erfolgreich war mein erster Lauf. Zwei Geräber liegen hier. Hm. Ich wollte natürlich nur den Erfolg freischalten. Aber das ist der einzige Grund, warum ich jetzt gestorben bin. Hm. Okay. Kräudermann. Digistiere es. Du weißt es. Junge. Junge. Ja. Digistiere Drogen. Schon recht. Als er aufwuchs, hat er nie einen Tag in der Kirche verpasst. Gott. Wie ich diesen gesteuerten Freak wirklich mitnehme. Er hat kurz vor kurz ein schönes Buch gelesen. Er hatte mal einen Streit mit freundlichen Einhörnern. Bein... Beinlose Einhörner sind seine eingeschworenen Feinde. Nyon bereitet würzige Zwillenbett...